ein wunderschönen guten tag werte ladies und so weiter herzlich willkommen zur nächsten folge mit black squad oder von black squad auf der map wolf spider die map an sich kenne ich bereits aber ich habe sie noch nie im team deathmatch mode gespielt sondern nur auf so ich habe keine ahnung wie die heißen das team deathmatch elimination smd und keine ahnung wie das hier heißt ich habe keinen plan er ist auf jeden fall schon eine ganze weile her wo ich das gespielt habe oder die map die ist nicht ganz so groß aber sie ist auch nicht klein auch nicht mittel und sie schon ein bisschen größer als mittel ich habe schon die verkehrte waffe in der hand war ja klar letzte runde habe ich ja in der letzten folge richtig richtig beschissen gespielt ich hoffe das tue ich in dieser runde nicht also ein bisschen kenne ich die map ja da unten war schon einer nein heute müssen wir doch mal ein bisschen ergebnis reißen hier oder was und jetzt einer von mir also wird muss jungen so wird muss jetzt haben wir schon mal ein ich glaube ich bin bei denen in der bäse ich schicke mir mal jeden den Weg ab ah da hat nicht er war immer zu das habe ich schon gedacht ich habe mir viele maps im nachhinein erst zum tdm dazu gemacht die hier war nämlich früher nicht tdm spielbar sondern die gab es ich weiß nicht ob das jetzt demolition war oder irgendwie hieß die mit dem ich habe keinen plan mehr wieder heißt müsste ich nachgucken jedenfalls laden wir erstmal nach konnte man diese map auf diesem mode nicht spielen oa oa oaa oa ua Da bin ich vorhin so'n Umweg gelaufen. Ist ja heftig. Wo klatsch ich denn? Oh ja, Hunde. Ihr müsst natürlich wieder die Aufnahme rein pfuschen. Ich hör was von rechts. Oh, diese Smokenates, die regen mich auf. Du siehst gar nichts. Gar nichts. Okay, der stand dann wohl da oben. Alles klar. Gucken wir mal. Da müssen wir irgendwie einen anderen Weg gehen. Ich erschieße die Hunde bald, wenn die nicht damit aufhören. Die liegen den ganzen Tag auf ihrem scheiß Arschloch rum und nerven mich in der Aufnahme. Getroffen. Ah! Da habe ich vorbeigeschossen. Was machst du da? Holt euch keine Hunde, ehrlich nicht. Schafft euch lieber ein paar Kinder an. Nee, ist auch beschissen. Holt euch einen Hamster. Tot. Da hinten sitzt noch einer, links in der Ecke. Okay. Von rechts war... Aha. Okay, wie komme ich jetzt da hin, wo der gesessen hat? Muss ich jetzt mal kurz auschecken. Geh dir ab hier. Hallo, block doch mal nicht, du Affenkopf, Junge. Was ist los mit dir? Oh, er ist block und dann auch noch Clown, du Arschloch. Und dann steht er in der Ecke. Warte, bis der Kollege tot ist. Du Vogel. Du Vogel, du Blöder. Na ja, schauen wir mal. 100 Punkte von 200 haben wir ja schon erreicht. Hier liegt schon mal ein Teamkollege von mir. Auch gut. Okay, der ist gerade gestorben. Ah, ich habe mir gemerkt, wo du stehst, wa? So eine Scheiße, aber auch hier drauf. Machst du nichts, dann machst du ja nichts. Au. Den Kopf habe ich da über der Tonne gar nicht gesehen. Verdammt nochmal. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Oh, ich habe es erwischt, ich habe es erwischt. Hallo. Ich habe ihn erwischt. Oh, da ist noch ein... Ah, fuck, beim Nachladen. Verdammte Wichse. Egal. Hauptsache, ich habe ein paar mitgenommen. Und ich habe es gar nicht mitgezählt, wie viele das waren. Aber es ist egal. Hauptsache, ich habe Kills gemacht. Kills gemacht für mich und Punkte gesammelt fürs Team. Das ist wichtig. Aha. Gucken. Auch, guck mal, haben wir uns gar nicht gesehen. Habe ich den jetzt überhaupt einmal getroffen? Ist schön gewartet, bin der Snippel. Na, 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 na. Ist schön gewartet, du kleine Sau, du. Hallo? Alle. Der hat nichts mehr, der Balken war leer. Warum fälltst du nicht um? Checken wir das mal. Dann brauchst du bloß noch eine Backpfeife geben, dann liegt der lang. Aha. Gucken wir mal, da ist einer drin. Ja, ja. Oder hier war einer, oder? Ja, scheiße. Warmonk. Was ein kreativer Name. Gucke, 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 da kam eine Nate angeflogen. Habt ihr das gesehen? Oh, dieses links und rechts hier, ey, du triffst mich nicht. Geht mir auf den Kranz. Aber es ist mir immer noch lieber, als es gecroucht und kommt mit abends. Das ist ja fürchterlich schlimmer. Nein, erst nachladen, dann um die Ecke gucken. Siehste, 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 ein Viertel hast du nur noch. Hab ich dir ganz schön zugesetzt, doch, mein Freund. Oh, und immer diese Rauchnitz, schmeißt doch die Dinger nicht, ey. Du siehst gar nichts dadurch. Ja, nischt. Gar nischt. Ist hier einer? Nö. Hier ist auch keiner. Dann können wir eigentlich schön hier rumsitzen und warten, wa? Getroffen. Du blutest. Du blutest wieder. Du blutest wieder. Na komm. Schnuckelhäschen. So viel HP kannst du nicht mehr haben. Helfen. 30 Prozent. Ach, was. Dieses Auge da von Uber, was da gerade war. Ach, was. Dieses Auge da von Uber, was da gerade war. Das wüsste ich gerne mal, was das... Hä? Bedeutet, wie geht denn das? Der hat mich hier erschossen, obwohl ich um Ecke stand hier. Pfff. Ich stand um Ecke und er erschießt mich. Hier, gute Sache. Oh, diesmal eine Niederlage. Nicht so schlimm, Hauptsache ich bin diesmal positiv. Hoffe ich. Ich hoffe. Nein. Verdammt. Na gut, dann beim nächsten Mal. Ja, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Haut rein.